Hallo Leute und herzlich willkommen zu Pine. Ich musste gerade überlegen, wie das Spiel heißt. Ich begebe mich jetzt erstmal kurz ins normale Biom wieder und ja, wo gehe ich da jetzt ein bisschen durch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen wir uns dort wieder oder vielleicht unterwegs, wenn wir ja noch irgendwas finden. Oh Leute, da hinten schlafen Axelotl. Die brauchen wir ja. Warte mal, ich muss kurz unseren Bogen ausrüsten. Warte mal, okay. Okay, da sind gleich drei. Ich schieße jetzt erstmal auf den da. Oh shit. Oh ne, bitte bist du... Junge, wieso ist das Ding wieder gegen mich? Oh, das habe ich letztes Mal gewonshottet. Oh nein. Scheiße. Ich glaube, wir müssen jetzt zumindest, wo das Axelotl sind. Okay Leute, wir sind jetzt schon mal relativ nahe wieder gespawnt. Vielleicht finden wir hier direkt wieder Axelotl. Vielleicht sind die hier irgendwo noch am fighten gegen das komische Huhn. Oder was das ist. Vielleicht ist ja der... Tja, ich nehme doch den Trockenbett auf. Vielleicht ist das Ding... Äh, vielleicht hat das Ding ja zumindest einen oder vielleicht sogar zwei down gemacht. Da wäre nur noch einer da. Das wäre nice. Ah, da hinten ist ein Axelotl. Okay, warte mal, dann schleichen wir doch direkt. Sind wieder drei, Alter. Können wir vielleicht... Oh! Scheiße. Mann, es sind immer alle wach. Oh, Leute, Headshot. Ihr habt keine Pfeile mehr. Scheiße. Ja, wir haben einen Oberschenkel. Oh, oh. Scheiße. Come on. Oh, oh. Alter, es wird doch knapp, oh. Ja, aber wir haben gewonnen. Ah, das bekommen wir auch von denen. Axelotl. Okay, was brauchen wir jetzt alles noch? Ja, wir können... Wir können so einen Saft machen. Oh mein Gott, nice. Muskelbräu. Okay, warte mal, wir können jetzt... Oh, scheiße, jetzt ist er aufgewacht. Wollte so einen Überraschungsangriff machen. Oh Gott, Alter. Als ob wir schon wieder down sind. Was ist das denn? Ja, egal, wir müssen jetzt sowieso zurück zum Dorf. Wir sehen uns im Dorf, ja. Okay, Leute. Wir gehen jetzt hier wieder zum Häuptling. Mal gucken, ob er jetzt vielleicht zufrieden ist mit uns. Okay, hat jetzt genau gleich gesagt. Wir müssen natürlich jetzt erst mal noch spenden. Die Frage ist, wo ist dieser Spendekasten von diesem Dorf? Gelauter der Spendekasten sein. Irgendwo da... Scheint irgendwo da drüben für sein. Ich weiß aber auch nicht genau, wo. Ah, da drüben beim Feuer. Klar. Okay, wir sind jetzt hier. Wir machen jetzt mal diesen... Wo ist er denn? Unser Saft rein. Hey, Digga, wo ist unser Saft? Hä? Das haben wir doch ge-ge-ge-craftet. Hä, verliert man den, wenn man stirbt? Hä, ist ja üble, scheiße. Ach, jetzt muss ich nochmal einen besorgen. Ach, komm, scheiß drauf, Digga. Also, nee, nicht scheiß drauf, aber es ist scheiße, ja. Aber, ja, schlussendlich bleibt uns keine andere Wahl. Oder hab ich den getrunken oder sonst kann ich wache sein? Okay, Leute, und falls ihr euchs interessiert, ich hab gerade auch nochmal neue Dings für den Bogen gewacht, neue Pfeile. Damit könnten wir die Axelotl, glaube ich, ein bisschen besser schlagen, ohne dass wir Schaden kriegen. Guck mal, was ich gefunden habe, eine Schatztruhe. Ah, da brauchen wir jetzt so einen Schlüssel. Okay, ja, dafür, das haben wir, glaube ich, aber immer noch nicht genug, oder? Nee. Okay, schade. Da vorne sind die da zwei Axelotl. Oh, der eine legt sich hin. Das ist gut, vielleicht bekommt dann der gar nichts mit. Ah, scheiße, hat trotzdem was mitbekommen. Toos. Also, das ging ja voll gut. Okay, ich hab uns aber nur einen Oberschenkel gegeben. Okay, wir müssen trotzdem nochmal gegen den zweiten Pfeilen. Okay, der ist auch tot. Dann können wir jetzt nochmal einen neuen Trank brauchen. Ah, fuck, wir haben noch einen Oberschenkel zu wenig. Ich muss doch nochmal kurz einen Axelotl suchen. Scheiße. Dinger, was sind die so scheiße Axelotl? Die sind hier gar nicht mehr. Ich hab alle ausgerottet. Oh, da haben wir noch eine Kugel, nice. Da hinten. Ich seh einen Axelotl. Okay, es ist nur einer. Ja, nice, warte mal. Komm schon, ein Bein. Ja, geil. Und er hat auch noch irgendwie Ohren gedroppt oder so. Okay, das ist nice. Okay, so, jetzt aber können wir so einen Trank machen. Herstellen. Okay, die Dings sind... Ah, jetzt hab ich drei. What the fuck? Hä? Ja, ich versteh's nicht. Egal, wir haben jetzt diesen Trank. Ähm, ja, dann gehen wir jetzt erstmal wieder zum Dorf. Okay, wir sind jetzt hier beim Spendekasten. Wir legen jetzt hier... Dinger. Wieso ist das jetzt schon wieder nicht mehr da? Hä, aber ich hab doch hier so ein... Bräu-Dings-Ala. Keine Ahnung, ich geh nochmal zum Häuptling. Vielleicht, äh... Nimmt das ja direkt so an. Vielleicht hatten wir es halt vorhin irgendwie, keine Ahnung, durch irgendeinen Bug nicht bekommen. Und deswegen hat er nochmal das gleiche gesagt. Okay. Oh, lol. Okay, ich geh noch weiter. Okay, wir haben jetzt auch eine neue Quest. Okay, wir müssen nämlich jetzt Zugang zu dieser Gruft hier bekommen. Das ist schon mal eine Gruft, ja? Ähm... Das Ganze raussuchen wir in der nächsten Folge. Das war auf jeden Fall genug interessant, diese Folge. Wir haben jetzt endlich diesen Trank hergestellt. Ja. Auf jeden Fall war es, dass wir dieser Folge peilen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.